Diese Folge wird ja präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für Premium-Sex-Tolls zu fairen Preisen. Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexsies und willkommen zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi. Und ich bin Leo und das hier ist ein heißer Quickie, bei dem es ein bisschen feucht zugeht heute. Es geht nämlich ums Abspritzen eines Mannes. Oh, das hast du aber schön gesagt. Ums Abspritzen. Abspritzen. Uh, Quickies sind ja Fragen, die ihr immer schickt. Das sind explizitere Fragen zu Sexstellungen, zu Beziehungen und so. Und wir antworten dann immer darauf, um euch weiterzuhelfen. Weil wir wissen, da draußen gibt es bestimmt ganz viele Leute, die genau die gleichen Fragen haben wie ihr. Genau. Und nächste Woche gibt es dann wieder eine lange Folge. Und da geht es um, kann ich schon mal verraten, mehr Erotik und Sinnlichkeit im Alltag. Ja, seinen Sex zu verändern regelmäßig sozusagen. Ich habe noch was Lustiges. Es ist lustig, wenn man das so anteasert. Es ist mega witzig. Wir haben ja vor ein paar Wochen eine Folge über die große Masturbationsfolge, beziehungsweise wie machen wir das uns selbst. Und da haben wir über Selbstmachen im Auto geredet. Und es tröpfeln immer noch Nachrichten von Frauen ein, die beschreiben, wie... Ich würde tröpfeln übrigens in dem Zusammenhang irgendwie eine ganz komische Wortwahl. Aber bitte, fahren Sie fort, Frau Leo. Es kommen immer noch Nachrichten von Frauen durch die steife Leitung, mein Gott. Es kommen immer noch Nachrichten von Frauen, die beschreiben, wie sie sich und warum sie sich es im Auto selbst machen. Und ich möchte gerne diese Nachricht vorlesen mit dem Disclaimer bitte nicht nachmachen. Also, warum mache ich es mir im Auto? Man hat Zeit, hört eventuell gerade angeregende Geschichten, wie zum Beispiel euren Podcast und kann sich in seinen Gedanken verlieren. Im Alltag schaut man immer aufs Handy oder muss etwas erledigen oder sonst was. Doch beim Autofahren muss man auf die Straße schauen. Daher mal kein Handy. Ausrufe, Zeichen. Keine Ablenkung. Somit meine Me-Time und einfach mal Ruhe in meinem Kopf. Perfekt zum Abschweifen. Vor allem mit euch im Ohr. Dankeschön. Ich fahre Automatik. Mein Auto lenkt selbst, hält die Spur und bremst. Das heißt, ich muss... Nee, 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 nee. Ich muss anwesend sein und mit aufpassen, falls es etwas übersehen sollte. Somit ist es mit Tests zu riskant, am Handy zu sein. Ich habe aber genug Freiheit, um mich in meinen Gedanken zu verlieren. Zudem habe ich starken Sekundenschlaf und werde beim Autofahren ständig müde. Daher die ganzen Systeme und Assistenten. Doch wenn ich es mir selbst mache, bleibe ich automatisch für mindestens 25 Minuten wach. Daher also auch gleich meine Medizin gegen meinen Sekundenschlaf. Ihr habt mich also geheilt und bewahrt mich immer vor weiteren Unfällen. What? Also ich meine, okay, den Schuh ziehe ich mir gerne an. Also Menschenleben rette ich immer super gerne. Aber ich hoffe inständig, liebe Zuschreiberin, dass ich dir niemals im Straßenverkehr begegne. Das ist ja... What? Die schläft immer ein und damit sie nicht einschläft, macht sie sich selber, weil sie dann mindestens 25 Minuten wach bleibt. Hast du schon mal überlegt, vielleicht aufs Fahrrad umzusteigen? Ich habe vor allem nicht so ein Auto, was so krasse Elektronik drin hat. Ich kann mir das auch überhaupt nicht... Ich habe noch nie mal ein Tempomat. Wow. Ich könnte das gar nicht richtig genießen, weil, wie sie ja eben sagt, also ich verstehe das, dass man irgendwo in einem geparkten Auto, dass man es sich selber macht, weil, vielleicht wenn du auch getönte Scheiben hast oder wie auch immer. Aber so auf der Autobahn, du musst doch, um kommen zu können, musst du doch loslassen. Und das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ja, ich glaube, um kommen zu können, musst du loslassen. Ich kann mir das ja auch vorstellen. Ich habe das ja schon mal gemacht. Das hat schon was extrem Geiles. Aber wir wollen jetzt nicht vom Hundertsten ins Tausendstel kommen. Doch, aber ein Tausendstel habe ich aber noch. Weil weißt du, was ich total interessant finde? Und ich möchte, dass wir dazu bitte auch mal eine Folge machen. Ich habe letztens mal wieder so hier Sexthemen recherchiert. Und weißt du, weil sie gesagt hat, ja, im Alltag, da ist man dann so vom Handy abgelenkt und so von anderen Sachen. Ich habe ja herausgefunden, das ist jetzt für alle wahrscheinlich keine Riesenneuigkeit, dass so wegen der Digitalisierung und Handy und so, dass wir echt alle weniger Freizeit haben und deswegen auch weniger Sex. Und da gibt es krass interessante Studien. 30 Prozent der Amerikaner haben in dieser Umfrage, die ich gefunden habe, in den letzten sechs Monaten auf Sex verzichtet, damit sie länger Netflix gucken können. Das ist für viel. Ja. Das ist für richtig viel. Von daher, dann macht jetzt mal schön Netflix aus und steigt mal lieber ins Auto und macht es euch da selber oder lasst euch einen blasen. Oder kann man eigentlich, Frage, Frage an die Community. Wurdet ihr während dem Autofahren schon mal geleckt? Geht das? Fingern? Easy. Handshop beim Mann? Easy. Blowjob? Easy. Blowjob. Liebe Damen, wenn eine von euch während der Autofahrt mal geleckt wurde, ja, dann schreibt mir mal eine Nachricht auf obibi-josi. Auf der Rückbank zählt nicht. Nee, 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 nee. Also schon in einem fahrenden Auto. Da bin ich gespannt, ob da was kommt und ob sie gekommen ist. Quasi. Ah. So. Alrighty. Also. Kommen wir mal zur Nachricht. Die mich erreicht hat, genau, ihr findet uns ja auf Insta-Schüssel, ne? obibi-podcast, obibi-josi. Da hat mir eine Frau geschrieben, ich hab mal eine Frage, wer ist eigentlich beim Handshop, bei dem Typ verantwortlich dafür, dass nicht alles vollgespritzt wird? Ich hatte letztens was mit einem und er braucht echt lange, um zu kommen. Ich hatte einfach keine Lust auf Penetration. So, irgendwann dachte ich mir, jetzt müsste er mal soweit sein und ich lege mal die zweite Hand so locker drüber. Also, ich glaube, sie meint über den Penis. Kurz drauf ist er tatsächlich gekommen, ich war aber schon total in Gedanken, Snooze-Smiley, und dadurch, dass ich die Hand nur locker drüber gelegt habe, hat's natürlich trotzdem etwas die Couch eingesaut. Dann kam natürlich prompt die Aussage, dafür bin ich verantwortlich, dass nichts daneben geht. Äh, Smiley. Habe meine Freundin denn gefragt, die meisten sind der Meinung, er sollte vorwarnen und oder, dass er einfach dafür verantwortlich ist. Was sagt ihr dazu? Leo lacht nur. Ja, also, ich, ich finde, also, ich, aber erst, also, ja, erst mal, erst mal, ganz kleiner Einwurf von mir, was ich geil finde, dass sie sagt, der braucht so lange zum Kommen, deswegen hat sie keinen Bock auf Penetration und gibt ihm lieber einen Handjob. Da frage ich mich ernsthaft, was von beiden was anstrengender. Ein Handjob ist doch viel anstrengender, als im Zweifel einfach nur, äh, die Vagina zu öffnen. Wobei, lustigerweise habe ich es ein bisschen anders gelesen. Ich habe es so gelesen, sie hatte halt einfach gerade eben keinen Bock, ihre Vagina zu öffnen und hat dann gesagt, oh, ich gebe dir einen Handjob, was ja auch, es ist ja nicht so, dass Blowjobs und Handjobs für Frauen nicht auch anregend sind. Das ist ja auch auf eine Art und Weise geil, so. Ja, ja, aber vor dem Hintergrund der Anstrengung, weiß ich nicht. So ein Handjob, also, ich finde, Handjobs ist schon so ein bisschen die Masterclass, weil Blasen, Blasen kriegst du schon immer irgendwie geschissen. Auch ganz schlechtes Wort in der Situation. Ganz schlecht. Und bei der Penetration kannst du ja auch ein bisschen sagen, wenn du jetzt selber auch mal nicht so Bock hast oder so, dann soll er einfach mal machen. Der findet seinen Rhythmus schon und sein, wie er es braucht. Aber Handjob finde ich manchmal echt nicht einfach, wie du sagst, wegen der Flutschigkeit und dann da den Rhythmus. Ich musste so innerlich so schmunzeln, als ich die Nachricht zum ersten Mal gelesen habe, weil mir das auch so geht, dass ich manchmal so, ich habe halt eine Konzentrationsspanne von einem Eichhörnchen. Und wenn du auch bei einem Blowjob oder bei einem Handjob, vor allen Dingen, ich finde beim Sex oder bei der Penetration, dadurch, dass da immer noch irgendwie die Körperteile da sind und hier sind und man wird da angefasst und hier, fällt es mir leichter beim Thema zu bleiben, als jetzt beim Handjob oder beim Blowjob. Und da schweifen meine Gedanken schon manchmal echt so ein bisschen ab, dass ich dann so. Aber wo schweifst du denn dahin mit Gedanken? Weiß ich nicht, kann ich so genau. Und was macht auch dein Gesicht dabei? Ja, Schauspielern kann ich ja relativ gut. Also ich glaube nicht, dass die Männer das jetzt ad hoc merken. Ja, machst du so, warte, ich mache mal so Klatsch, das ist ein gutes Geräusch und denkst dir dabei so, hm, also ich könnte auch mal wieder ein bisschen Curry kochen, was brauche ich dafür eigentlich noch? Und wann habe ich eigentlich Termine in der Arbeit? Genau, und dann so, und dann so, und, und geil, oder? Kennst du den bayerischen Film, eine ganz heiße Nummer, wo sie so eine Sex-Call-Hotline machen und dann arbeiten sie nebenbei in einem Supermarkt und machen die ganze Zeit diese Sex-Work-Calls am Telefon und putzen, putzen dann so die Regale und sagen so, jetzt machen wir ihn aber mal sauber, ganz gründlich putzen wir den. Und ich muss gestehen, manchmal ist das schon so bei mir, das nimmt dem Ganzen ja jetzt nicht den Witz für mich, dass ich will oder ich mir wünsche, dass er kommt und dass er Lust empfindet und alles mögliche, aber auch schon so dieses, okay, er kommt gleich, vielleicht weiß sie ja auch, wie krass er abspritzt, weil Männer spritzen ja auch extrem unterschiedlich ab. Es gibt ja Männer, da kommt sehr wenig raus, mit wenig Schwung, dann gibt es wenig Schwung und viel, wenig und viel Schwung und ganz viel und viel Schwung, also ich kannte, also ich hatte da mal einen Typ, Entschuldigung, dass ich das jetzt so random erzähle, der hatte so einen Druck da drauf, dass der sich ja wirklich beim sich selber machen, hat er mir mal erzählt, dass er auch ins Gesicht ballern kann. Das habe ich noch nie davor gesehen, das war wirklich, ich dachte mir auch so, gefühlt einen halben Meter. Naja, und dass sie dann so die Hand drüber legt, finde ich auch so einen guten Move. Dass denn da was auf der Couch ist, ich weiß nicht, ich finde, also wie hättest du reagiert, wenn dir das ein Mann gesagt hätte so? Dass das meine Schuld ist? Ja. Wahrscheinlich hätte ich gelacht. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob ich denke, ja, fuck you, man. Nein, also ich fände es jetzt, prinzipiell fände ich es eigentlich auch gar nicht so schlimm eigentlich, also ich finde es nicht schlimm, wenn irgendwas vollgesaut ist, ich meine, wir haben auch regelmäßig Sex auf der Couch und dann geht halt was daneben oder so, meine Güte, also muss er halt wegmachen mit so Reihen der Tube, wie auch immer und bei der Auswahl der Möbel auch schon immer darauf achten, ja. Also, dass es gut waschbare, fleckenfreie Dinger sind und ich würde mir deswegen jetzt auch keine hellbeige Wildledercouch kaufen. Nee, aber ich finde das nicht so, dann machst du das halt einfach weg, finde ich jetzt nicht so schlimm. Und ich finde auch nicht, dass da eine Person alleinigst dafür verantwortlich ist, also weder er noch sie, sondern es ist ja eine Gemeinschaftsarbeit. Und ich kenne das eigentlich so, dass Typen, würde ich schon wirklich sagen, 90 Prozent der Männer, mit denen ich geschlafen habe, haben immer eine Vorwarnung gegeben vorm Abspritzen. Egal, ob das jetzt ein Blowjob war und die in deinen Mund kommen oder ob es ein Handjob war und die gleich abspritzen oder ob du, wenn du ohne Kondom verhütest, zum Beispiel mit rausziehen. Also empfehle ich nicht, ja, empfehle ich auf gar keinen Fall. Da und do it. Gibt aber sicher bestimmte Umstände, unter denen man das halt auch machen kann und das halt dann vorher kurz gewarnt wird. So, entweder ich komme gleich oder du wirst halt kurz angetippt oder wenn du mit jemandem auch schon länger zusammen bist, viel Sex hast, weißt du das ja auch. Das sieht man ja meistens. Ja, also gerade zum Beispiel auch beim Blowjob, weißt du, okay, jetzt kommt es gleich und dann kannst du für dich ja selber entscheiden, schlucke ich es runter, nehme ich ihn raus aus dem Mund, so. Ganz oft ziehen sich da ja dann die Eier so aus dem Hoden so nach innen, also ich finde, man spürt das manchmal an den Eiern und dann merkt man ja dieses Pulsieren im, was heißt, man merkt das, ich finde, man merkt das manchmal, das Pulsieren im Penis, bevor dann das Sperma rauskommt, dass das so wie. Wie so eine Ader, die dann da hervortritt. Aber ich finde auch, dass das so voll die Gemeinschaftsgeschichte ist und dass das so wie beim Sex immer so ein Geben und Nehmen ist und dass vor allen Dingen, wenn sie das halt auch nicht abschätzen kann, wie viel da rauskommt. Und ich stelle mir das auch richtig vor, wie sie die Hand drüber hält und er halt auf diese Hand spritzt und dann was runtertropft. Weißt du, so die Nummer. Und dann denke ich mir halt auch, ja. Sind das dann Stalaktiten oder Stalagmiten? Wenn es runterhängt, sind es Stalaktiten, weil das Titten hängen. Okay, gotcha. Gute Eselsbrücke, vielen Dank. Kennst du die nicht? Nee. Titten sind die Hängenden und also Titen sind die Stalaktiten und Stalagmiten kommen dann dementsprechend und nur. Gut, das merke ich mir. Sperma-Stalaktiten in der Hand. Findest du, man muss immer ankündigen, ich finde, die Männer sollten sich das einfach angewöhnen. Also weißt du, was ich meine? Also das kommt voll krass drauf an. Also wenn du Blowjob und du bist, du kennst dich nicht oder halt nicht so gut oder hast nicht regelmäßig schon ewig Sex, finde ich unbedingt ankündigen. Und sei es ein Tipper auf die Schulter, also man checkt das dann schon. Unbedingt. Weil du kannst nicht davon ausgehen, dass alle Frauen Sperma im Mund haben wollen, schlucken wollen. Nee. Also da musst du ankündigen, finde ich. Außer du bist halt länger zusammen und weißt, die schluckt man Sperma eh dann. Whatever. Bei einem Handshop, finde ich, muss man es nicht unbedingt. Also finde ich nicht, weil du spritzt der Frau ja nicht ins Gesicht, nicht im Mund oder so. Aber du musst halt dann auch damit rechnen, dass du die Scheiße halt dann weg machst selber oder dass du dann selber guckst, wo ist das Zeug gelandet. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du einen Handshop gibst, wie ist denn das? Also wenn der Typ dann abspritzt, dann wo landet das denn? Das landet doch dann meistens auf der Hand. Ja, eben. Also wenn der nicht so einen Riesendruck hat, dann landet das ja einfach eher auf der Hand und läuft da runter und dann okay, so what? Oder du neigst den so ein bisschen und dann, weiß ich nicht, spritzt er sich halt selber so auf den Bauch eher oder nicht? Ja, es kommt drauf an, was er anhat. Das ist halt so ein bisschen wirklich so eine Überraschungskanone manchmal, weil es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie viel er an dem Tag schon abgespritzt hat oder ob er es sich schon selber gemacht hat oder nicht. Und ich kenne Männer, da macht das einen krassen Unterschied, ob sie vielleicht an dem Tag sich schon einen runtergeholt hatten oder irgendwie sowas. Und dann kommt es da teilweise aus einem Winkel rausgeschossen, den du irgendwie so gar nicht vorhersehen kannst. Ja gut, aber... Ich finde auf jeden Fall nicht, dass es die Verantwortung der Frau ist, wo die Schisse landet. Weil du weißt es ja, wie gesagt, nicht, was da für ein Druck dahinter ist und wie viel und so, wie du gerade gesagt hast. Das ist so wie als... Ja, nee, Quatsch. Das ist, als würdest du zu einem Mann sagen, du bist dafür verantwortlich, dass mein Vaginalsekret nicht auf dem Bettlaken landet. Ja, oder wenn man squirtet zum Beispiel. Ja. Deine Schuld. So, nee, es ist halt einfach so. Du hast mich dazu gebracht. Aber ich finde ja auch, was ich auch gar nicht so verkehrt finde, wenn man einen Handshop macht und dann merkst du schon so, uh, jetzt gleich, dann, ich finde, dann kann man auch den, wenn der andere das mag, den Penis dann auch nochmal kurz dem Mann in die Hand geben und der macht so den letzten Meter quasi. Oh, das habe ich noch nie gemacht. Ja, aber das würde dir taugen, weil dann kannst du ihm ja zuschauen. Aha, aber nieder Punkt. Zur Erklärung, ich habe das häufiger schon gesagt in Folgen, dass ich so gern mal Männern immer zuschaue bei Selbstbefriedigung und die wollen das immer nicht, wenn ich zugucke. Das wäre natürlich so ein Mittelweg. Und ich finde das zum Beispiel auch beim Blowjob, finde ich das auch nicht so verkehrt. Die kriegen ja immer wieder auch mal so Zuschriften, dass Frauen schlecht wird davon. Also wirklich von dem Sperma, wenn es im Mund ist. Die hätten per se gar nichts dagegen, aber denen wird schlecht davon oder wenn es nach hinten spritzt. Finde ich auch. Also du machst ja 95 Prozent der Arbeit, du bläst oder gibst einen Handshop und wenn du halt merkst, es ist kurz davor, lässt du ihn nochmal kurz ran mit der Hand und dann boom, dann hast du die Sauerei nicht. Aber ich meine, Sperma auch beim Sex, so, da sind wir ja auch beim Sex zum Beispiel, Penetration, Penis in Vagina, er kommt. Bist du dann auch als Frau dafür verantwortlich, wo die Scheiße landet? Nee, da muss der Mann immer mit offener Hand unter dir laufen, um es wieder aufzufangen. Also ich finde, das ist echt immer so ein Team-Effort einfach. Ja. Er muss halt ein bisschen gucken, wo er hinspritzt und man selber muss halt auch ein bisschen gucken, wo die Soße landet und dann, einer von beiden muss es halt wegmachen, wenn irgendwelche Textilien involviert waren. Da gibt es ja die lustigsten Situationen, dass wenn der Mann gekommen ist auf seinen Bauch oder er hat dann noch relativ viel Sperma in seinem Intimbereich am Penis, an den Hoden oder du hast es irgendwie an der Hand und dann liegst du aber irgendwie awkward im Bett und musst aufstehen, ohne, dass du das Zeug dann noch in die Laken schmierst. Und also da ist dann immer, das sind dann diese unsexy Bewegungen nach dem Sex und man hatte gerade, es war heiß, es war nice und dann wurde ein bisschen gekuschelt und dann bist du so, wie so eine Robbe, robbst du dann vom Sofa, damit das Sperma. Ganz ehrlich, wie oft ich auch schon irgendwie so versucht habe, halbwegs mit nach hinten gebeugten Oberkörper so vom Bett runter zu gleiten, um an die nächste Taschentuchbox hinzukommen. Oder mit zusammengekniffenen Beinen, das ist ja auch, da kriegen wir auch immer Fragen dazu, da wird es nochmal eine eigene Folge geben. Ich meine, das Zeug läuft ja auch aus dir raus. Manchmal direkt und manchmal auch erst am nächsten Tag oder so. Und wie oft ich auch schon so mit zusammen... Sie meinen Sperma übrigens aus der Vagina. Ich schon mit zusammengekniffenen Vulvalippen quasi zum Bad gerannt bin, weil ich wusste, uh, das kommt gleich. Weißt du, du bist ja, nach dem Sex gehen wir meistens immer pinkeln als Frauen, damit wir keine Blasenentzündung kriegen und so weiter. Und dann merkst du schon, oh, jetzt läuft es raus. Ah, schnell, 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 schnell. Ach, Sperma. Können wir uns darauf einigen, dass Körpersäfte beim Sex in jeglicher Art eine gemeinsame Verantwortung aller Involvierten sind? Ja, und nochmal so als Tipp vielleicht auch für unsere Zuschreiberin, wenn das ja echt so ein Issue ist, so ein Thema zwischen euch, dann, meine Güte, frage ihn halt, wo willst du denn gerne hinspritzen? Willst du mir gerne mal auf die Brüste spritzen oder auf den Bauch oder soll ich es mit einer Tupperware für dich auffangen? Also es gibt ja einen Grund, warum Taschentuchboxen in Wohnungen stehen und zwar nicht nur auf dem Nachkästchen vom Schlafzimmer, sondern vielleicht auch im Puntzimmer. Und dann halt vielleicht, bevor man anfängt, griffbereit neben der Hüfte schon was liegen haben. Was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Beide sind dafür verantwortlich, nicht nur der Wicht. Ja, und irgendwelche Vorwürfe im Nachhinein gehören nicht in sexuelle Handlungen. Ich mag das eh nicht bei Männern. Das ist eine Red Flag. Ja, sowieso. Wenn die so, du bist dafür verantwortlich oder du machst halt selber weg. Ne, 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 Junge. Na, 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 das machen wir mal nicht, meine Freunde. Und übrigens, ganz anderes Thema. Ich werde bald eine Umfrage mal machen. Wer von euch lieber Netflix guckt, Stranger Things, als Sex zu haben? Das geht so nicht, Leute. Mach mal einen Fernseher öfter aus. Ja. Hört mal auf, weniger ein Instagram rumzuscrollen. Da gibt es auch so geile Statistiken, wo irgendwann mal Stromausfall war wegen einem Schneesturm zwischen Weihnachten und Neujahr und dann sich die Geburtenrate neun Monate später irgendwie verdreifacht hatte. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. So. Ich müsste das auch mal ausprobieren, mit meinem Partner so ein Handy-Retreat machen, wo man keine Handys hat für ein Wochenende. In so einem Cabin in the Woods. Da bin ich auch gespannt, was wir machen würden. Gibt's, gibt's, gibt's. Ja, I know. Ja, deswegen. Früher hat man halt noch Sex gehabt. Du, dann machen wir jetzt mal eine Folge dazu. Früher hat man mal Sex, noch Sex gehabt, ausrufen zu sagen. Nee, die neue Geliebte meines Mannes. Sein Handy. Das Handy. Okay. So. Aber wenn ihr sonst noch Fragen habt. Ihr dürft auch übrigens ganz auf Instagram nicht so viel scrollen, außer ihr guckt bei OhBabyPodcast oder OhBaby unter Strichosi vorbei. Nämlich. Ja, das. Da könnt ihr uns Fragen schicken. Da wird jetzt mit zweierlei Maß gemessen. Ja, klar, immer, Mann. Immer schön unberechenbar bleiben. Also in der Stunde Social Media, die ihr benutzen dürft am Tag, müsst ihr fünf Minuten OhBaby mit einbauen. Entweder OhBabyPodcast oder OhBaby unter Strich Josi scrollen, liken, abonnieren. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt rund ums Thema Sexualität, Partnerschaft, Liebe und so weiter, schreibt uns gern. Wir machen liebend gerne Quickie draus. Genau, nächste Woche kommt wieder eine lange Folge. Haben wir schon angekündigt, ne? Genau. OhBaby abonnieren. Da, wo ihr es sowieso gerade hört. Ich habe das eigentlich mit YouTube gefixt, weil der Upload ja immer nicht funktioniert hat, liebe Leute. Ich bete jetzt zu Gott für die Verantwortlichen, dass das hält. Also sonst werde ich ein bisschen böse. Und ja, sonst würde ich mal sagen, haltet die Ohren steif, meine kleinen Sexhäschen. Und ja, vögelt. Macht euch nicht zu viel im Auto beim Fahren, weil sonst wird es gefährlich, gell? So ist es. Und jetzt? Tschüsskowski. Oh yeah. Tschüsskowski. 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 Vielen Dank.